Willkommen zurück nach der überlangen Folge in Creativerse. Ich bin immer noch im Inletar. Jetzt habe ich zumindest für die Arme auch ein bisschen Lederzeug. Ich bin gerade am gucken, was ich noch entsorgen kann. Eldorwood Zeppling brauche ich nicht. Ich will keine Bäume pflanzen erstmal. Weeds werde ich behalten. 19 mal Obsidian, 31 mal Coal. Also das ist nicht schlecht. Die alle raus. Davon wollte ich mir erstmal welche machen. Habe ich noch Stein? Ja natürlich. So, denn... Damit wird es dann einfacher. Sachen abzubauen, wenn ich sie gefunden habe. Wo finde ich das denn überhaupt? Burn off the rock in the forge to get at the juicy... Im Ernst? Bin ich wirklich so dämlich? Oh Mann. Oh Crap. Oh Crap. Ich sehe nichts. Aua. Hör auf damit. Boah. Gut, dass ich mich zwischendrin geheilt habe. Uh, da ist noch ein Miro. Alle. Alle. Ich glaube, wenn sie mich noch nicht gesehen haben, dann ist gut. Ich wollte aber was gucken. Burn off the stone. Aber welchen Stone? Wo war das mit dem Ohr? Kann ich mir ein Bett bauen? Das wäre der einfachste Weg. Bett, 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 Bett. Nein, shredded leaves. Ich glaube, ich habe eine andere Idee. Es ist zwar echt irgendwie dämlich. Oh Gott. Aua. Aua. Aufhören. Aua. Aua. Ding kaputt. So. Shredded leaves. Einmal Woodrod. Stonerod zweimal. Falsch. Twine. Zack. Das machen wir jetzt ganz einfach. Ich stelle mir da jetzt ein Bett in den Berg rein. Denn ich habe keine Lust, mich hier die ganze Nacht kämpfend gegen die durchzusetzen. Ich baue mir jetzt einfach hier drin eine kleine Basis rein und fertig. Fünf. Zack. Boom. Collect all. Craft. So. Wo ist er? Da ist das Bett. Da ist er. Da ist er. Fünf. Zack. 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 Das ist jetzt zwar echt komisch, aber ich werde das jetzt so machen. Na, wobei. So. Aber das reicht erstmal. Eine Holztür, da muss ich wahrscheinlich auch wieder auf Reise gehen. Ne, ich kann eine Steintür machen. Das passt schon. Dann mache ich mir nämlich noch eine Tür da ran. Und haue mich in die Falle. Dann wird das jetzt so eine kleine, so ein kleines Basislager hier erstmal. Das war falsch. So. Das ist alles fertig. Davon kann ich noch welche machen. Handschuh kann ich jetzt erstmal nicht machen. Das ist nicht so wichtig. Davon kann ich noch welche machen. Habe ich jetzt welche gebraucht? Steinschwert. Iron. Da wollte ich jetzt gucken. Can be forged. Burn off the rock in the forge to get at the juicy innards found in nodes a few layers deep in the world. Oh nein. Das heißt so viel wie Grab Tiefe. So. Da oben ist nämlich noch eine von diesen Dingern. Die wollte ich mir noch holen. Was ist das? Eine Coal Node. Kann man auch nie genug haben. Da hinten war noch was. Oh nein. Oh shit. Nur ein Schwein. Oh nein. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Abgesehen davon, dass hier Magnetide ist. Jetzt muss ich mich echt hier rausbauen. Oh man. Wie dämlich von mir. Das war nicht geplant. Nein. Ich wollte doch da nicht reinfallen, Mensch. Oh shit. Oh shit. Da kommt mir was hinterher. Geh weg. Ich wollte außerdem... Oh, das wird ein schwerer Aufstand. Wobei, könnte klappen. Ich wollte nämlich auch mal nach dem... Nach Eis gucken. Ob man das so holen kann. Oder ob ich da irgendwas Spezielles brauche. Der greift mich so hoffentlich nicht an. Wo ist das Eis? Jetzt bin ich verwirrt. Ups. Das war eins zu viel. So rum. Da oben ist das Eis. Oh. Und hüpp. Hüpp. Oh, hier wird es schon kälter. Da ist eine Kälteanzeige. Auch da. Das ist Schnee. Und hüpp. Mal hüpp. Da ist auch nochmal Schnee. Da ist das Eis. Yes. Ich kann es mitnehmen. Ist noch mehr? Ne. Nur Schnee. Okay. Oh, oh. Doch, hier ist mehr. Ich habe keine Ahnung, was ich damit machen kann. Ich nehme es einfach mit. Ich möchte alles entdecken. So, das reicht erst mal. Oh. Oh. Oh, ganz gefährlich. Ganz, ganz. Oh Gott. Schau mal auf die zwei. So, ich glaube, das ist okay. So. Das war knapp. Und jetzt will ich das hier wieder haben. Nö, da ist ja nochmal eine. Egal. Kohle habe ich jetzt erstmal genug. Ich sammle jetzt hier alles ein. Oh, no, 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 no. Erstmal einen drauf geben. Ha. So kommt man einfach an sowas ran. Wo kam denn? Ja. Ich habe doch... Ah, die spawnen jetzt da drin. Okay. So, ich sammle jetzt erstmal alles wieder ein. Nein. Ich möchte die Tür wieder einsaugen. Okay. Okay. Und das Bett. Weil, das nehme ich mit. Das ist die mobile Station. So, dann erstmal wieder alles raus, was ich nicht brauche. Sowas hier. Ein Bett habe ich. Es darf nur nicht kaputt gehen, Pilze. Ich habe jetzt eigentlich so viel Zeug dabei. Dass ich nach Hause müsste. Aber ich haue jetzt erstmal alles raus, was ich nicht brauche. So, Schnee, Eis und so weiter. Also da war schon ein gewisser Erfolg dahinter heute. Immerhin habe ich es geschafft, die Zeit komplett zu vergessen. Das war überhaupt nicht geplant. So, und jetzt muss ich gucken, dass ich über diese Höhle irgendwie rüberkomme. Oh, shit. Hier ist ja alles voll. Wahrscheinlich gibt es ja auch Eisen, aber... Oh, 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 oh. Das ist mir jetzt ein bisschen zu aufwendig. Kohle. Peaksdown habe ich schon. Ja, nicht so weit. Ah, ich glaube, ich mache es so. Better safe than sorry. Ah, jetzt kriege ich... Kohlenotes. Und noch mal ein bisschen normales Zeug. So, und... Ich hoffe, ich bin dann erstmal drüber. Ach, nö. Oh. Ist das irgendwas? Ne, normales Wasser. Na, vielleicht bin ich dann hier über einen Berg, im wahrsten Sinne des Wortes. Schnee. Ich weiß gar nicht, ob man Schnee verkraften kann zu irgendwas. Den habe ich schon, oder? Ja, Peaksdown. Okay, ich habe das Gefühl, im Osten liegen nur Berge. Mal kurz auf die Karte gucken. Ach du. Ach du, meine Güte. Und kein Ende in Sicht. Ich versuche jetzt erstmal, hier ungefähr hinzukommen. Ich weiß nicht, ob man das erkennt mit der Maus. In der Hoffnung, dass das besser ist. Also hier lang ungefähr. Nein, auf der Diagonale bleibt... Oh, Höhle. Auf der Diagonale bleiben funktioniert also nicht. Man fällt irgendwie immer runter. Pilze. Wiedersehen. Ich verlasse mich auch komplett auf den Teleporter, weil Orientierung ist hier gerade absolut nicht mehr. Das ist nochmal eine Höhle. Da gibt es nochmal Eis. Das nehme ich mit. Wenn ich wenigstens wüsste, wofür ich es brauche. Aber ich habe keine Ahnung. Ich nehme es einfach mit. Da hat es auch noch... Oh, was ist denn das für einer? Ich nehme dir mal das Eis da weg, mein Freund. Blizzard, Chissard, Chissard, Gissard. Use the craft. Okay. Immer her damit. Mal heilen. Ich wette, das Horn von dem einen muss sich so einem Vieh abnehmen. Lass uns mal weiter nach Nordosten. Geht es auch wieder nur in eine Höhle rein. Ich glaube, dener mache ich nochmal platt. Das hat gerade irgendwie gelohnt. Hey, nicht wegfliegen. Warum auch immer der Schnee dabei hat. Crafte ich mir nochmal Health Potions. Damit ich das auf jeden Fall auch über... Oh, überleben kann. Hallöchen. Ich glaube, das ist mehr so ein Ausflug heute. Hallo. Gut, dass ich Health Potions habe, weil... Die verlangen schon ordentlich was ab, die... Vögel, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich bin falsch gelaufen. Verdammt. Ich wollte nämlich in die Richtung. Also drehe ich mich jetzt... Ungefähr um 90 Grad nach links. Genau. Damit ich wieder nach dem Nordosten gehe. Schmuggel mich an der Höhle vorbei. So, hier ist ein normales Schwein. Kann ich auch... Leder gebrauchen. Vielleicht kann ich jetzt wieder Lederklamotten bauen. Noch nicht. Nochmal heilen. Na, es bleibt doch hier. So. Weiter nach Nordosten. Oh, da geht es noch weiter hoch. Nochmal 90 Grad nach links. Also nach Nordwesten. Muss ich aber auch über den Berg hier. Egal. Warum muss es hier so viele Höhlen geben? Das ist irgendwie unangenehm. So, nochmal auf die Karte. Ups. Ja. Ist noch ein kleines Stück, dann habe ich es. Oh. Oh. Ja. Man sollte sich nicht zu früh freuen. Oh man. Ich weiß leider nicht, wie das ist mit Sturzschaden im Wasser. Oh, das könnte wehtun. Ich gucke gerade nach verschiedenen Optionen. Risikoreiche, aber hat funktioniert. Oh. Oh. Was ist das? Ah, Todesgras. Jetzt sollte ich mir einen Weg machen. So. Und geschafft. Ah. Oh, was haben wir hier? Das ist bestimmt wieder Kohle. Ja. Oder? Ne, Obsidian. Das nehme ich mit. Weil Obsidian ist gerade mehr oder weniger das Einzige, Ah, dahinter ist noch eins. Das ist mehr oder weniger das Einzige, was gerade wirklich richtig viel bringt. Okay, das sind nur zwei. Das ist gut. Hoppla. Ich würde sagen, das war heute dann... Die komplette Session war dann eher eine Versorgungstour. Eine ziemlich lange und ziemlich große. So. Gucken wir noch ein bisschen rum hier. Da ist Wasser. Kann ich irgendwas Neues craften eigentlich? Oh, Hallöchen. Unlock. Stein, Magnetite. Und, äh, Stone Slap, Stone Rod und Magnetite. Teleporter brauche ich nicht. Pressure Blade, okay. Numberpad brauche ich nicht. LED. Oh, cool. Da bin ich mal gespannt, was ich für die LED alles brauche. Fan brauche ich auch erstmal nicht. Healing Beacon. Das ist cool. Flip Flop Gate. Delay Gate. Delay Gate. Auch nicht schlecht. The Block of Goo kann ich machen. Hier unten ist nichts Neues dazu gekommen. Das ist gut zu wissen. So, wie weit seid ihr denn? Lass mal alles rausnehmen. Dauert auch noch ein bisschen. Eine Minute kriegen wir auch noch rum. Aber Eisen irgendwo tief unten drin, das wird, glaube ich, eins von den letzten Sachen, die ich hole. Diamond Leggings. Iron Leggings. Das wäre natürlich der Hammer. Brauche ich da Miru-Ei? Achso, das sehe ich noch nicht. Da brauche ich aber diesen Zahn. Ah, da gibt es dann gleich mehrere Sachen. Das sind bestimmt so Kreaturen, die irgendwo nachts sind, oder? Not by the hair on my shiny chin chin. Dropped by Rombo. Found in high elevation areas of... Ah, okay. Dann war das vielleicht von dieser komischen Ziege oder was das war. Als wir da gesehen hatten. Auch. Und alles her. Und alles her. Es wäre cool, wenn wir diese Extraktoren nicht kaputt gehen würden. Danach diese Advance, sondern dass man die einfach wieder haben könnte. Aber ist wohl nicht so vorgesehen. So, nach trocken sieht das hier auch wieder nicht aus. Leider. Aber... Hier gibt es wieder Blumen. Da kann ich wieder Blumen mitnehmen. Für Heilung. Und wieder ein bisschen durchrennen. So, wo bin ich denn jetzt laut Karte? Okay, das ist alles Schnee. Oh Mann, das... Dann sollte ich da lieber nicht hin. So, da könnte... Hier könnte trocken sein. Kann aber auch täuschend sein, wegen der Schneewand. Deswegen gehe ich jetzt einfach erstmal weiter nach Norden. Und dann nehme ich nämlich hier auch die ganzen Blumen mit. Das ist ganz praktisch, dass es gerade hier wieder Wald ist. Und hoch. Pilze. No. Äh... Was brauche ich denn nicht? Das brauche ich 100%. Habe ich irgendwas, was ich loswerden kann? Achso, den da. Nein, den muss ich da reinziehen. Was kann... Ups. Was kann der? Between Wirables. Okay. Ach, die hier kann ich weghauen. Die brauchen wir auf jeden Fall nicht. Steinbräu ich jetzt erstmal auch nicht weg. Was haben wir hier unten noch, was man weghauen kann? Den Schmutz. Bedrock bräu ich erstmal auch nicht. Falls doch, muss ich eben graben. Dann schmeiße ich mir da unten rein. Den Handschuh. Kann ich da nicht reinlegen? War klar. Die beiden Sachen. So, jetzt habe ich wieder ein bisschen Platz. Habe ich davon schon dabei? Ja, ich glaube schon. Okay. Die ganzen Blumen nehmen halt auch ordentlich Platz weg. Ja, Beastworks habe ich auch dabei. Pilze. Apropos, wie viele Pilze habe ich? 89. Dann wird es Zeit, dass ich jetzt langsam mal aufhöre, Pilze einzusammeln. Erstmal. Erstmal weiter nach Norden. Und das reicht. Wobei, welche Pilze, die braunen Pilze, habe ich nur sieben Stück. Und den kann ich noch mitnehmen. Weil, die kann ich ja auch zur Heilung machen. 89 hatte ich. Dann kann ich da noch welche mitnehmen. Mal blumen. Ne. Ich habe jetzt auch nichts, womit ich mich mal spontan schnell irgendwo hochbauen kann. Deswegen muss ich jetzt immer Blumen auf meiner Höhe mitnehmen. Und es wird schon wieder Abend. Nein, ich will doch nicht N. Wo ist Wüste? Ich laufe einfach weiter nach Norden. Ich habe auch noch kein Gefühl dafür entwickelt, wie groß der Quadrant ist. Aber ich beeile mich mal ein bisschen. Hier ist wieder irgendwo so eine Kreatur mit einem Steinchen. Da brennt einer. Da spawnen wieder die Pixies. Oh, warum brennt ihr denn hier rum? Oder ist schon Nacht? Da bleiben. Genau deswegen ist Nacht gar nicht so schlecht. Haben wir Krebse? Nein! Keine Küste. Ach man. Da ist mir ins Wasser gefallen. Ich brauche doch eine Heilung erstmal. Das brennt erstmal gemütlich vor sich hin. Ich brauche trocken. Zumindest laut der Anzeige. Oh, das sieht doch nicht vielversprechend aus, weil hier ist Wasser. Oder? Wobei... Oh, die kenne ich noch nicht. Tundra Flower. Tundra Flower. Kann ich die auch benutzen? Für Medizin. Ja, kann ich... Oh, das ist sehr gut. Das ist sehr gut, weil dann mache ich es nämlich jetzt ganz einfach. Ich vercrafte jetzt einfach das hier alles weg. Was? Was ist denn das? Wood Trash? Oh, take all. Okay. Da, ich sehe es schon. Kann man jetzt darin die geilen Rezepte wahrscheinlich finden. Kann es sein, dass die gar nicht aggressiv sind, wenn sie sich im offenen Feld rumlaufen. Doch. Weg. Ich versuche jetzt was. Das ist zwar Wahnsinn, das jetzt zu probieren, aber wird schon klappen. Das wollte ich nicht. Ich wollte erstmal die Health Potions gucken und verkraften, was ich an Kleinkram habe. Gut. Dann. Ich weiß, das ist so dämlich. Ich werde das jetzt einfach mal machen und hoffe, ich lebe in der nächsten Folge noch. Bis dahin. Ciao.